Wisst ihr Leute, wir zahlen in Deutschland den höchsten Energiepreis auf der Welt. Wir sollen ja als gutes Beispiel vorangehen, was den Klimaschutz angeht. Das Problem dabei ist, sämtliche führende Technologien und Weltmarktführer aus diesen Branchen kommen allesamt nicht aus Deutschland. Das sind Fakten, Leute. Ihr wollt Beispiele? Aus der Solarbranche, zum Beispiel Jinko Solar oder Solar Edge. Aus der Elektromobilität, Tesla, BYD. Aus der Windenergie, Vestas. Aus der Akubranche, Samsung, Panasonic und so weiter und so fort. Made in Germany heißt doch eigentlich heute nur noch, andere Firmen in anderen Ländern machen sich mit deutschem Geld die Taschen voll aufgrund unserer Politik und aufgrund unserer Ideologie. So sieht es doch aus, oder? Und Leute, nicht falsch verstehen. Ich finde erneuerbare Energien gut. Ich finde allgemein das ganze Konzept gut und dass es immer mehr klimafreundlich wird und sonst was. Das Problem dabei ist, dass wir in Deutschland den höchsten Preis bezahlen und nicht mal an diesen Technologien partizipieren. Das kotzt mich an. Und das liegt an unserer Politik. Und das liegt an unserer Politik.